Willkommen zur offiziellen Pressekonferenz nach Spieltag 18 in der deutschen Eishockey-Liga. Hier im Königpalast gab es die Partie der Krefeld-Pinguine gegen den ERC Ingolstadt. Endergebnis vor 4.161 Zuschauern. 3 zu 2. Nachverlängerung für die Krefeld-Pinguine, also zwei Punkte für den KfV. Ein Punkt für unseren Gast aus Ingolstadt, dessen Trainer Peppi Heißig hier heute begrüßen darf. Herzlich Willkommen und den Cheftrainer der Krefeld-Pinguine, Franz Fritzmeier, in seinem ersten Heimspiel als Cheftrainer der Pinguine. Beide Trainer möchte ich um ihre Statements zum Spiel bitten. Wie ist das gebührt vom Gast zuerst? Guten Abend. Unser Spiel war heute ein bisschen gefestigter als im letzten Spiel. Wir haben viel zu kämpfen in letzter Zeit. Es geht vor allen Dingen um Punkte, aber bei uns auch um Sicherheit für die Mannschaft, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Wir haben uns da heute ein Stück weit zurückgekämpft. Krefeld hat sehr, sehr gut gekämpft, sehr gut gespielt. Wir sind phasenweise dann auch wieder zu unserem Offensivspiel zurückgekommen. Also wir wollen uns ja nicht verstecken. Und wir sind eine Mannschaft, die offensiv und aggressiv spielt. Nur fehlt uns halt momentan eben diese Sicherheit, dass wir das durchziehen können. Heute haben wir ein bisschen versucht, eben kompakter zu stehen, Fehler zu minimieren und dann langsam wieder in die Offensive, die Aggressivität finden. Es ist langsam immer besser geworden. Und ja, zum Ende hin hat der individuelle Fehler das Spiel entschieden. Aber so passiert ist, es ist ein Spiel. Aber wir wollen auf die Leistung aufbauen. Und ja, gratulieren nochmal Krefeld. War eine gute Leistung. Dankeschön, Herr Heiß. Franz Wurtz war Ihr erstes. Heimspiel als Cheftrainer der Pinguine an der Bande. Das dann mit einem Sieg gekürt und zwei Punkten. Wie fällt Ihr erstes Fazit aus? Ja, auch von meiner Seite schönen guten Abend und danke, Peppe, für die Gratulation. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz. Nicht nur auf meine Mannschaft, sondern auch auf alles, was die Woche passiert ist. Wie die Leute auch um den Verein herum, der ganze Staff, wie hart alle gearbeitet haben. Die Mannschaft hat voll mitgezogen. Wir hatten eine sehr gute Woche. Wir hatten am Freitag schon ein sehr gutes Spiel in Hamburg, sehr hart gekämpft. Hätten da vielleicht schon den einen Punkt mehr mitnehmen können. Heute haben wir darauf aufgebaut. Wir hatten in der Offensive ein bisschen mehr. Ich denke, wir waren auch etwas überlegen. Bei Ingolstadt zwischendurch natürlich mit ihrer Stärke, mit ihrer Klasse schon dann auch ins Spiel gekommen ist. Aber diese Momente haben wir heute gut überstanden. Haben uns von nichts außer Ruhe bringen lassen. Und ich denke, wir haben dann auch verdient mit einem superschönen Tor von Scott Allenthal, der auch das ganze Wochenende eine wirklich absolute Top-Leistung gebracht hat. Haben wir uns dann die zwei Punkte redlich verdient. Danke. Ich schaue in die Runde. Gibt es Fragen der Medienvertreter? Eine Frage gibt es da drüben, bitte. Frage gibt es nach Nick St. Pierre. Wir wissen es noch nicht genau, aber ich denke, es ist nicht so schlimm. Er konnte nicht mehr vollgehen dann. Deswegen haben wir dann rausgenommen, weil das hätte dann nichts mehr geholfen. Aber ich bin gut der Hoffnung, dass er Freitag wieder dabei ist. Weitere Fragen der Medienvertreter? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen allen natürlich noch einen schönen Sonntagabend wünschen. Kommen Sie gut nach Hause, gesund nach Hause. Haben Sie einen guten Start in die neue Woche. Und für die Pinguine gibt es dann das nächste Heimspiel hier am kommenden Freitag, 20. November um 19.30 Uhr gegen die Düsseldorfer EG. Dann also das erste Mal Derby-Time für die Pinguine hier bei einem Heimspiel im Königpalast in dieser Saison. Bis dahin einen schönen Abend, alles Gute und auf Wiedersehen. Bis dahin einzuschlaumnisch. Untertitelung des ZDF, 2020